Wir müssen eigentlich dieses klassische Kriterium der herzfrequenzorientierten Ausbelastung auf den Prüfstand stellen. Liebe Freunde der Formel-Proböse, herzlich willkommen. Ich habe heute einen Gast, Professor Georg Predl. Lieber Kollege von mir, lieber Freund von mir seit vielen, vielen Jahren hier Leiter des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln. In Nachfolge, so kann man es beschreiben, des großen Prof. Wilder Hollmann, der ja an sich so der Mentor und auch Nestor der deutschen Sportmedizin ist. Und wir reden heute auch über ein Thema der deutschen Sportmedizin, nämlich so ein bisschen über die Diagnostik. Was braucht eigentlich ein guter Sportler wirklich? Was braucht der Profi? Da reden wir gleich drüber, weil Georg Predl natürlich seit vielen Jahren auch die Profis testet für unterschiedlichste Sportarten, aber eben auch viele Kompetenzen natürlich auch für den Breitensport. Und da habt ihr sicherlich vieles auch an den Lippen abzulesen, weil es geht natürlich darum, was kann er euch erzählen, was ihr wirklich braucht. Georg, herzlich willkommen bei mir. Ich freue mich, dass du da bist. Sag mal, wenn so Profis zu dir kommen, unterschiedlichster Sportarten, was machst du? Vielleicht sagst du mal, was hast du für eine Testbatterie dort? Wie ist dein Institut so ausgestattet? Was machst du alles? Ja, erstmal geht es natürlich darum, sind die gesundheitlich in der Lage, maximale Leistung zu bringen. Also wir machen einen kompletten Herz-Kreislauf-Check mit allem drum und dran. Also wir machen EKG, wir schauen uns das Herz im Ultraschall an, wir machen einen Belastungs-EKG, wir messen den Blutdruck, wir nehmen Laborparameter. Also wirklich erstmal die klassische medizinische Basisarbeit, die Lungenfunktion natürlich nicht zu vergessen. So kommen die das jedes Jahr, die Spitzensport? Jedes Jahr. Okay. Müssen die haben, das ist sozusagen wie der TÜV, nicht alle zwei Jahre, sondern einmal im Jahr die sogenannte medizinische Grunduntersuchung, wo wir Sport- und Wettkampftauglichkeit nicht nur internistisch, sondern natürlich auch orthopädisch eben festhalten müssen. Gerade so unter dem Aspekt natürlich, dass Spitzensport ja immer Grenzgang ist und man natürlich auch eine Belastbarkeit der inneren Organe hat, da muss man schon mal schauen, was ist in einem Jahr passiert. Aber das heißt, ihr macht so einen Gesundheits-Check im weitesten Sinne. Das ist erstmal die eine große Säule und die zweite ist eben dann die Leistungsdiagnostik, die damit verknüpft ist. Sprechen wir mal über die Leistungsdiagnostik. Nehmen wir mal sowas, wir haben ja eine ganze Reihe auch an Freunden, die Läufer sind oder Ausdauersportler sind, Radfahrer oder Läufer, da macht man ja in der Regel so eine klassische Ausdauer-Leistungsdiagnostik, so wie sie jeder kennt, auf dem Fahrradergometer strampelt man los. Welche Merkmale haben, also wie machst du so einen Test? Machst du einen Stufentest? Machst du einen Rampentest oder was ähnliches? Also zunächst mal muss man natürlich gucken, welche Sportart macht der oder der Läufer. Nehmen wir mal so einen Läufer. Der muss vorher, auch wenn es ihm zunächst mal gar nicht einsichtig ist, aufs Fahrrad. Und muss einen, weil wir eben dieses Belastungs-EKG bis zum Anschlag brauchen. Also maximale Ausbelastung machst du auch? Maximale Ausbelastung. Man kann natürlich ein EKG auch auf dem Laufband durchführen. Das hat aber sehr viele sogenannte Artefakte, ist also oft von Störungen begleitet, sodass ich nach wie vor sehr gerne eben bei solchen leistungsorientierten Sportlern erstmal ein Belastungs-EKG bis zur Ausbelastung habe, was natürlich dann nicht an einem Tag mit dem Laufband zum Beispiel zu kombinieren ist. Das heißt also erstmal diese klassische medizinische Grunduntersuchung und dann wird der Sportler nochmal einbestellt zur Laufbanduntersuchung für den Läufer. Maximale Ausbelastung vielleicht für mich nochmal. An welchen Parametern machst du das fest? Oder ist der Sportler dann derjenige, der sagt Schluss? Ja, also der in Anführungszeichen normale Patient, der kann sich kaum maximal ausbelasten. Da hat man dann bestimmte Kriterien. Die meisten orientieren sich an der Herzfrequenz, also am Puls. Wenn dann ein Wert erreicht wird, spricht man von der maximalen Ausbelastung. Das ist natürlich Quatsch für einen ambitionierten Sportler. Der ist hoch motiviert und der sagt mir selbst, wann er maximal ausbelastet. Gut. Vielleicht nochmal ein ganz wichtiger, ich hake da nochmal kurz ein. Richtig ist, wie du da richtigerweise sagst, dass die Normalen ja oft an der maximalen Herzfrequenz orientiert ein Abbruchkriterium haben. Es verändert sich ja im Laufe des Lebens übrigens. Wie ich ja so weiß, so pro Jahr einen Schlag weniger, so sagt man ja, schafft man vielleicht als 20-Jähriger noch einen Belastungspuls maximal von 190 bis 200. So als 60-Jähriger liegt man dann plötzlich nur noch bei 160, 150. Woran liegt das eigentlich? Ja, also zunächst mal gut, dass du das ansprichst. Wir müssen eigentlich dieses klassische Kriterium der Herzfrequenz orientierten Ausbelastung auf den Prüfstand stellen. Angesichts der demografischen Veränderungen und der doch Gott sei Dank immer mehr Menschen, die auch im höheren Lebensalter fit sind. Es gibt eine grobe Formel, die heißt unsere maximale Herzfrequenz, die wir erreichen können, sind 220 Schläge minus Lebensalter. Nehmen wir also mal den 20-jährigen Sportstudenten, der kann durchaus 200 Schläge erreichen. Jetzt nehmen wir aber mal so einen fröhlichen 70-Jährigen. Oder mich und fröhlichen 62-Jährigen, ja. Das heißt also, rechne mal 120 minus 62. Also müsste ich bei 158 irgendwie landen. Wäre für dich schon Ende, aber das kann vielleicht für dich noch eine Orientierung sein. Jetzt warte aber noch mal zehn Jahre weiter, da bist du noch genauso fit hoffentlich wie heute. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi natürlich. Da werden wir dann 148 haben und da wirst du sagen, nee, Georg, also das kann für mich nicht. Da bohre ich in der Nase. Ja, so ist es. Das ist es nicht. Und so haben wir immer mehr Patienten, die mir genau das sagen. Das heißt also, diese klassischen Formeln müssen wir wahrscheinlich irgendwann in die Mülltonne stecken und neue Kriterien entwickeln. Da auch noch mal eine Zwischenfrage. Wie sieht es eigentlich zwischen Männern und Frauen aus? Weil bei Frauen sagt man ja oft, dass sie ein bisschen hochpulsiger sind. Und ich höre auch auf Frauen, ich laufe immer so in einem hohen Puls und bin noch völlig im aeroben Bereich. Stimmt das überhaupt? Beobachten wir häufiger, aber das betrifft sozusagen die Drehzahl, die Herzfrequenz in den sogenannten submaximalen Bereichen. Die enderreichte Herzfrequenz, die ist dann fast geschlechtsneutral. Also auf dem Weg dahin gibt es Änderungen, aber dann so diese ... Frauen haben einen steileren Anstieg quasi? So ist es häufiger. Nicht immer, aber durchaus häufiger. Der ist aber normal, oder? Der ist normal, solange eben keine Erkrankung zugrunde liegt. Das heißt, wenn so etwas beobachtet wird, überhaupt nicht panisch oder hektisch sein. Aber einmal sollte man so etwas abklären, dass nicht irgendeine Herzerkrankung dann doch zugrunde liegt. Das heißt, du hast den Läufer, dann gehen wir wieder zurück, den stellst du aufs Laufband. Und was führst du dann für einen Test durch? Was für Parameter nimmst du da alles ab? Also es gibt unterschiedliche Belastungsprotokolle, natürlich. Aber die häufigsten Protokolle sind sogenannte Stufentests. Das heißt also, die Geschwindigkeit startet relativ moderat. Das hängt natürlich ab, wen habe ich vor mir. Wenn ich einen Profiläufer vor mir habe, den lasse ich nicht mit Gehen anfangen, sondern der fängt mit leichtem Aufwärmtraining sozusagen an. Und dann steigert sich die Geschwindigkeit alle 30 Sekunden, 60 Sekunden, 120 Sekunden, je nach Belastungsschema. Und dann gibt es einen kurzen Augenblick, wo eben diese Belastungssteigerung kurz anhält. Und dann nehme ich beispielsweise eben mein Laktat ab. Das ist immer das kurze Intervall, bevor ich eben dann die Geschwindigkeit wieder erhöhe. Also pro Stufe nimmst du immer Laktat ab. So ist es. Vielleicht sagst du noch mal zwei Worte zu Laktat. Laktat ist ja ein Abfallprodukt des Stoffwechsels, was Ermüdungsreaktion des Körpers zeigt. Die Milchsäure, das Laktat, das entsteht, wenn eben mein Körper, meine Muskulatur nicht mehr die Energie durch reine Verbrennungsprozesse, die sozusagen rückstandsfrei funktionieren, also durch den aeroben Stoffwechsel bewältigt werden, sondern wenn eben sogenannte anaerobe Stoffwechselanteile dazukommen, dann fällt sozusagen als Abfallprodukt die Milchsäure an. Und deren Messung ist natürlich für den Sportmediziner oder Sportwissenschaftler immer sehr interessant, um zu sehen, wie trainiert, wie ausdauertrainiert ist eben das muskuläre System. Kann man also sagen, je höher der Laktatwert, umso schlechter der Trainingszustand bei definierter Belastungsstufe oder kann man auch sagen, dass man sich, das habe ich ja in den letzten Jahren immer mehr gehört, dass man die Abbaurate sich auch anschauen sollte. Also nicht nur die Höhe, der Anstieg ist, sondern auch die Abbaurate. Also wie kann der Körper mit dem Laktat umgehen? Wie ist er tolerant beispielsweise und und und. Was schaust du dir da exakter an? Genau, wir müssen uns ja überlegen, bleiben wir, wie gesagt, beim Läufer. Der aktiviert ja seine Beinmuskulatur und wir nehmen Laktat am Ohrnetz. Genau. Also nicht, wir stechen nicht ins Bein rein. Das heißt, was wir da messen, ist eben die Milchsäure, die in das zirkulierende Blutvolumen eingeflossen ist. Also verdünnt sozusagen, kann man sagen. So ist es. Und was da ankommt letzten Endes, ist ja das Ergebnis einerseits des anfallenden Laktates und andererseits das Ergebnis des abgebauten Laktates. Nur dass der Overspill sozusagen, das was übrig bleibt, kommt dann in die Zirkulation. Führt übrigens dazu, dass eben auch unser Blut vom pH-Wert abfällt, also saurer wird. Laktat ist ja eine Säure. Aber es ist eben sozusagen wirklich das Integral, wie man sagt, zwischen entstehenden und abgebauten Laktatmengen. Also insofern ein sehr dynamischer Prozess, den man da hat. Das heißt, da können wir aber sagen, dass in der Regel gut trainierte Menschen grundsätzlich eine höhere Abbaurate haben, auf der einen Seite, aber auch eine geringere Produktion haben. So ist es. Die Produktion von Milchsäure beginnt deutlich später als beim Untrainierten, also bei höheren Belastungen. Auf der anderen Seite ist das Laktat abbauende System deutlich optimiert und hochgefahren, so dass wir eben erst in sehr hohen Belastungsphasen eben einen Anstieg des Laktats haben. Das Entscheidende ist aber, bei jedem entsteht Laktat. Also Laktat entsteht immer bei Belastungen. Die Frage ist nur eben wann. Und dafür gibt es diese berühmte Laktatleistungskurve, die entsprechend entwickelt wird, indem man, wenn wir den Stufentest nehmen, für jede Belastungsstufe dann eben den Laktatwert eintragen. Und es kommt dann immer so eine hyperbole Kurve raus. Und je weiter man die nach rechts verschiebt, umso besser ist. Und wir haben ja jetzt auch einen Laktatwert, von dem wir ausgehen können. Der liegt ja jetzt auch nicht bei null beispielsweise. Der liegt ja irgendwie so um eins herum wahrscheinlich. Und es gibt auch innere Organe, die Laktat sehr gerne mögen, auf dem Speiseplan. Das heißt, das Herz mag ja zum Beispiel auch sehr gerne Laktat. Haben wir gelernt. Also das heißt, es ist auch ein Trigger für bestimmte Funktionen auf der einen Seite und zum zweiten auch Nahrungsmittel für bestimmte Zellen. Also es ist nicht nur schlecht. Nein, überhaupt nicht. Und jeder Mensch produziert natürlich unterschiedlich Laktat, auch von seiner Konstitution her. Du als Sprinter hast ganz andere Möglichkeiten, Laktat zu produzieren. Ich war blau bis hier oben hin immer. Ich kannte das wunderbar. Dein Laktatwert, du hast dir wahrscheinlich bis über 20 locker gebracht. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, Aber dann auch nicht mehr gelacht. Dann auch nicht mehr gelacht, genau. Denn Laktat ist eben auch in dem Sinne ein neurotropes Stoffwechselendprodukt, das unsere Hirnfunktion beeinflusst. Wir kennen das ja aus verschiedensten Sportarten. Wenn eben die Spieler übersäuern, also zu hohe Laktatwerte haben, sinken die koordinativen Fähigkeiten, das kennen wir ja auch. Ja, die Qualität der Bewegung lässt nach. Das heißt also, du nimmst Laktatwerte. Das heißt, das machst du auf dem Stufentest und nimmst dann pro Stufe immer ein Laktatwert ab und das signalisiert dir entsprechend der Kurve, okay, jetzt habe ich Ermüdungsreaktion, jetzt kippt der Stoffwechsel um von der Aerobe in die anaerobe Stoffwechselsituation. Das ist der Punkt, den du dir anschaust. Ist es dieser eine, oder schaust du dir noch einen anderen Punkt an? Ja, also zunächst mal ist es eben ein objektives Instrument, um zu sagen, wie leistungsfähig ist jemand, erst mal generell. Und an welchen Punkten kippt sein System von der Aeroben Energiegewinnung, die quasi unendlich ja laufen kann, damit kann ich stundenlang Sport machen, hin zur anaeroben Energiebereitstellung, die eben sehr schnell ihr Ende findet. Deswegen ist es nicht nur interessant zu sehen, wie hoch ist das maximale Laktat, sondern ich will im Grunde mit meiner leistungsphysiologischen Untersuchung den Punkt identifizieren, an dem das System quasi kippt, wo also die Laktatakkumulation, die Anhäufung höher ist als der Abbau des Laktates. Warum interessiert dich das? Weil eben dieser Punkt sozusagen ein Point of No Return ist, denn wenn der einmal erreicht ist, dann kommt es sehr schnell bei steigenden Belastungen. Deswegen die Kurve läuft ja erstmal sehr flach und geht dann auf einmal sehr schnell hoch. Es kommt also sehr schnell zu einer enormen Laktatakkumulation, zu einer entsprechenden Absenkung des pH-Wertes. Ich werde sauer und das ist ein Phänomen, das von äußerster Brisanz ist, weil viele Enzyme unserer Muskulatur, die die Funktionsfähigkeit des arbeitenden Muskels ja ermöglichen, die schalten runter, wenn ein bestimmter pH-Wert erreicht wird. Das heißt, selbst wenn du willst, die kannst du nicht mehr haben. Das würde aber für den Sportler bedeuten, diesen Punkt zu kennen. Bedeutet auch, wo er trainieren sollte, um seine Leistungsfähigkeit zu verbessern oder irre? Absolut. Erstmal entscheidend wichtig natürlich für den Wettkampf. Läufer oder nehmen wir mal die Radfahrer, da ist das ja klassisch. Wir haben ja, wundern uns ja immer wieder Radfahrer, die enorme Geschwindigkeiten fahren. Tour de France. Und dann haben wir immer Bilder vor uns, wo wir uns sagen, der eine fährt jetzt weg, löst sich aus dem Feld, warum fahren die anderen nicht einfach mal hinterher, sagt sich der verständnislose Laie. Aber es ist eben genau so, dass jeder Radfahrer und auch jeder Marathonläufer weiß genau, wo sein Punkt ist. Das ist auch Teil des Trainingsprozesses, wo er eben gerade noch im aeroben Bereich ist, also an dem Punkt, wo sich das Ganze in der Balance befindet und weiß, wenn er intensiver noch mal das Tempo beschleunigt, dann kippt das. Dann kippt er um. Deswegen bleibt er drunter. Muss er drunter bleiben. Also insofern für den Wettkampf unheimlich wichtig. Das ist für Radfahrer mittlerweile sehr einfach. Die haben Steuerungsinstrumente, die ihnen immer genau zeigen, wattorientiert, wo die genau sind. Der Läufer muss natürlich, der hat ja kein Geschwindigkeitsmesser bei sich, der muss das schon aus dem Körpergefühl, aus dem Trainingsprozess her wissen. Im Trainings- oder in der Trainingsberatung ist das natürlich was ganz anderes. Da kann ich wirklich mit diesen Informationen dann versuchen, das Training so zu gestalten, dass ich eben, sei es durch Trainingsprozesse, die die sogenannte Grundlagenausdauer optimieren, aber eben auch über das viel zitierte HIT-Training, das High-Intensity-Intervall-Training. Und da gibt es ganz unterschiedliche Philosophien. Nicht alle Trainer sind sich da einig. Jeder hat so seine eigenen Konzepte, aber der gemeinsame Nenner ist immer, diesen Punkt quasi nach rechts zu verschieben in höhere Leistungsbereiche. Sag mal, nutzt du auch eigentlich eine Spiromaske? Ja, da sieht man ja immer mehr. Das ist ja im Sport gerade, habe ich ja so den Eindruck, der goldene Standard mittlerweile geworden, dass man sich so ein bisschen von in der Diagnostik dahin begibt, Spirometrie oder Ergometrie zu betreiben. Also wir nutzen die, wir setzen beides parallel ein in der Regel, also bei Leistungssportlern sowieso. Die haben dann Maske und parallel dazu nehmen wir Laktat ab, weil wir damit eben die Informationen noch optimieren können. Aber grundsätzlich sind das zwei vergleichbare Strategien mit dem gleichen Ziel, eben die Aerobe-Aerobe-Schwellensituation zu identifizieren. Also die ergänzen sich in Ihrer Aussage, das sind keine Alternativen, würdest du sagen, sondern beides miteinander zu kombinieren, ist die bessere Strategie. Das ist die bessere Strategie. Gut. Ich kann natürlich, wenn ich nicht alle Möglichkeiten habe, dann kann ich entweder nur auf die Laktat-Leistungsdiagnostik setzen oder ich messe nur eben die Sauerstoffaufnahme und die Kohlendioxidabgabe, also für die Spiroärgung durch. Aber in unseren Augen ist die Kombi natürlich das Allerbeste. Das heißt also, der ideale Test für, nehmen wir mal die Ausdauerathleten, wäre also quasi nach der grundsätzlichen medizinischen Untersuchung ein Fahrrad- oder Laufbandtest in Rampen oder in Stufenform, wo die Stufe dann immer definiert wird, je nach Trainingszustand, Ziel und so weiter und so fort. Und dann Laktatmessung plus spiroergometrische Untersuchung. Vollkommen richtig. Das betrifft jetzt Läufer. Der ideale Test ist natürlich immer sportartspezifisch. Das können wir vielleicht noch mal erläutern, wenn es um andere Sportarten geht. Machen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht noch mal eine Frage. Es gibt ja auch so subjektive Belastungsskalen wie von Borg. Borg-Skala kennen ja die meisten so. Rate of perceived exhaustion, an der Herzfrequenz orientierte Belastungsdefinition. Beziehst du so subjektive Skalen mit ein oder haben die gar keine Wertigkeit für dich? Also die Borg-Skala ist bei uns Standard bei Herzpatienten, bei Diabetes-Patienten oder bei unerfahrenen Freizeitsportlern, die wenig Bewegungserfahrung haben. Da ist das schon sehr wichtig. Viele Menschen haben ja auch verlernt, ihre Körpersignale überhaupt wahrzunehmen. Bei einem Leistungssportler ist das uninteressant. Der geht eh an sein Limit. Für die Jäger. Leistung immer gibt Gummi. Ja, natürlich. Verstehe ich. Und vielleicht noch, wenn jetzt zu uns jemand käme und sagt, ich bin jetzt 50 und will erstmals den Köln-Marathon laufen. Bin so ein ambitionierter Freizeitbreitensportler. Da ist das noch interessant. Man will natürlich auch Empfehlungen geben, die jetzt für den Alltag gut umsetzbar sind. Da ist das ein Instrument. Vielleicht noch mal abschließend eine Frage. Was würdest du jetzt sagen? Du bist ja im Profibereich, auch im Breitensportbereich unterwegs. Was, was die Testung betrifft. Wenn du jetzt so einen normalen Marathonläufer hast, der im Breitensport sehr ambitioniert unterwegs ist. Was würde der für eine Testung machen müssen, um sich ausreichend auf seinen Wettkampfziel in der Saison vorzubereiten? Was brauche Laktat, brauche Spiro, was brauche alles? Also erste Botschaft, absolut nicht den Marathon unterschätzen. Das ist für mich eine unheimlich wichtige Sache, weil es wird mittlerweile ja so der Eindruck vermittelt, das ist so etwas Beliebiges. Schafft jeder. Du kommst heute zur Party und dein Nachbar sagt, ich mache es und du sagst, nach dem dritten... Dann ist der Morgen, ich laufe mit. Genau, ich laufe mit. Also darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist schon eine große sportliche Herausforderung. Ganz genau. Und auch eine, die gesundheitsförderlich sein kann, wenn sie richtig betrieben wird, aber bei Fehlbelastungen oder bei eben Ignorierung der... Der Vorbereitung. Ja, ganz genau. Kann das nämlich sehr schnell zum Bumerang werden. Erste entscheidende Botschaft. Und ansonsten haben wir ein sehr standardisiertes, einfaches Programm, das anfängt eben mit der genannten Basisdiagnostik, Ruhe-EKG, Belastungs-EKG, unbedingt ein Ultraschall des Herzens, bestimmte Laborparameter und dann geht es nicht ohne eben eine Laufbanduntersuchung. Entweder mit der Spiro oder mit Laktat oder kombiniert, wobei aus Kostengründen ich im Freizeit- und Breitensport von mir aus immer empfehle, nur eine Variante zu nehmen. Entweder Spiro oder Laktat. Ganz genau. Und dann wird eben auf Basis der Befunde, zum Beispiel eben der Laktat-Leistungskurve, kann man einen wunderbaren Trainingsplan erstellen. Aber ein Plan ist eben, wie der Begriff ja auch schon vermittelt, ist ein Prozess, den ich nicht von heute auf morgen umsetze, sondern der eine gewisse Zeitspanne braucht. Das ist vielleicht noch die Take-Home-Message. Kann ich heute meine Leistungsdiagnostik machen, wenn morgen der Marathon ist? Also man sollte mindestens drei, vier Monate, wenn nicht ein halbes Jahr vorher das Ganze machen. Also wichtige Botschaft habt ihr gehört. Also das heißt, Vorbereitung ist notwendig, gerade wenn man sich so große Ziele vordimmt wie ein Marathon. Aber auch ein 10-Kilometer-Lauf ist für einen Anfänger schon eine ganz schöne Voraussetzung oder Belastung insgesamt. Also Leistungsdiagnostik tut gut, insbesondere natürlich ab einem gewissen Alter im Vorfeld. Immer auch eine gesamtärztliche Untersuchung im Vorfeld, weil die Risiken eben ausgeschlossen werden müssen. Ansonsten Leistungsdiagnostik hilft, insbesondere Training besser zu dosieren, aber auch den Wettkampf unbeschadeter zu überstehen. Also macht auf jeden Fall regelmäßig eine Leistungsdiagnostik, mindestens einmal im Jahr. Und vor allen Dingen als ambitionierter Sportler macht auch eine gesundheitliche Untersuchung jedes Jahr. Weil ihr wisst, es kann ganz schön viel passieren, wenn ihr euch belastet, wie bei einem Auto, jedes Mal einmal im Jahr in die Werkschaft. Das tut auch für euch gut. Habt viel Spaß, aber passt auf euch auf.